ARD Text im Auftrag von Funk Was machen wir? Die wollen demnächst eine neue Superman-Serie rausbringen. Die wissen noch nicht was sie für ein Intro machen sollen. Und dann habe ich mir gedacht, schreibst du einfach mal was. Echt? Cool. Willst du mal hören? Ja. Kann ich noch was machen nochmal? Ja. Na, 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 na. The Superman is the man of the world. Hey, warte mal. Ne, 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 Batman! Ne, 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 nie, ne, nee, Batman! Ne, 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 nä, ne, Batman! Das ist genau derselbe Song, den ich letzte Woche über Batman gemacht habe. Vielen Dank.